Hey Leute! Heute teste ich mal Root Loops gegen Lucky Charms. Was am besten schmeckt? Was glaubt ihr? Ich probier's mal aus. In diese Schüssel fülle ich Root Loops. Und jetzt kommen die Lucky Charms. So, jetzt teste ich mal was besser schmeckt. Also die Froot Loops sind nur kleine Cornflakes-Ringe. Wie kleine Donuts. Aber die Lucky Charms sind Buchstaben. Oder so kleine Marshmallow-Dinge. Wie cool! Jetzt probier ich es mal mit Milch. Mhhh! Lecker! Mhhh! Lecker! Beide sind gleich lecker. Mhhh! Und nicht vergessen, ihr sollt zu abonnieren. Tschüss! 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 B 고양i! Schmerz! Untertitelung des ZDF, 2020